Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mystiker Aquaculture Tutorial. Heute geht es um das Hangar Resistance Augment, was ihr ja in Mystiker Aquaculture herstellen könnt und auch verwenden könnt. Das Augment geht auf den Helm, das bedeutet muss auf dem Helm installiert werden und benötigt mindestens einen Tier 4 Helm, also mindestens einen Imperium Helm. Und das Hangar Resistance Augment wird im Infusion Alter hergestellt mit einem Unentuned Augment, zwei Pumpkin Pie, vier Imperium Essenzen und zwei Mushroom Stew. Und ja, man könnte jetzt natürlich irgendwo denken, Hangar Resistance Augment, es gibt euch unendlich Food, dem ist allerdings tatsächlich leider nicht so. Ist an der Stelle auch ein bisschen verwirrend, ich kläre euch allerdings mal ein Stück weit auf. Also, das Augment können wir installieren auf unseren Helm, das bedeutet, hier haben wir unseren Helm im Tinkering Table, nehmen unser Hangar Resistance Augment und haben jetzt das Augment Hangar Resistance im Grunde genommen installiert. Und wenn wir jetzt hier den Helm anziehen und wir hier trotzdem ein bisschen herumlaufen und ihr einfach mal auf den Hungerbalken schaut, dann werdet ihr sehen, dass da definitiv was runter geht. Ja, so haben wir gesehen, ist definitiv was runter gegangen. Das einzige, was nämlich dieses Augment verhindert, ist nämlich, wenn ihr den Hungereffekt bekommt. Und diesen Hungereffekt gibt es bei ganz, ganz wenig Sachen eigentlich im Grunde genommen in Minecraft. Dann gibt es beim Husk, Pufferfisch, Rottenflash und Chicken. Und ich zeige euch einfach mal, wie das hier passiert. Und auch bei Rottenflash auch nur zu 80%. Jetzt haben wir Rottenflash gegessen. Das ist aber nicht das, was wir haben wollen. Es gibt allerdings noch den, nehmen wir einfach mal hier den Hungereffekt, diesen, dass wir das einfach mal per Command machen. Okay, und wir sehen, okay, unser Hunger ist jetzt einmal ziemlich depleted. Und wir sehen, okay, gut, wir kriegen jetzt auch schon leicht Damage. Wenn ich jetzt den Helm trage, passiert trotzdem nichts. Ich kriege trotzdem Damage. Das auf jeden Fall. Der Hungereffekt ist zwar an sich halt erstmal weg. Ich würde ganz gerne trotzdem ein Steak erstmal nochmal essen wollen. Zumindest eins, okay. Und wenn wir jetzt nochmal Rottenflash essen, nehmen wir hier nochmal Rottenflash, dann haben wir jetzt den Hunger-Effekt. Und dieser Hungereffekt, wenn ich jetzt den Helm anziehe, ist dieser Effekt entsprechend weg. Und das ist das Hunger Resistance Augment. Also nicht ganz so nutzvoll, wie im Grunde genommen der Name vielleicht am Ende scheint. Ja, soviel zum Hunger Resistance Augment. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten. Tschüss.